Manche Menschen glauben daran, dass Geschichten wahr werden, wenn man sie nur oft genug erzählt. Dass sie uns zu dem machen, wer wir sind. Und das macht uns Angst. Leck mich, Harris. Willst du ein Geisterhaus sehen? Nach dem Verschwinden mehrerer Kinder wurden alle Türen verriegelt. Okay, ich hab's gesehen. Gehen wir jetzt wieder? Du bist so ein Feigling. Was ist das? Ein Buch mit Gruselgeschichten. Erzähl mir eine Geschichte. Hey, was ist da los? Tommy ist verschwunden. Tommys Name stand in dem Buch. Das hängt nicht irgendwie zusammen, oder? Aber was, wenn alles, was in dem Buch steht, tatsächlich passiert? Oh nein. Augie? Stella! Du bist in der nächsten Geschichte. Bitte sei vorsichtig. Es geht um eine Leiche, die ihren verlorenen See sucht. Wer hat meinen Sinn? Wir haben etwas Böses erweckt. Wir hätten das Buch niemals nehmen dürfen. Wir müssen es aufhalten. Hilf mir! Sarah Bellows Buch. Die Geschichten schreiben sich selbst und alles wird wahr. Der Jankyman wird kommen. Nein! Ich gehe! Wir machen das Buch, du hast die Schmerzen. Wir machen das Buch. Vielen Dank.